Also worum soll es in diesem Video gehen? Zum einen um das Verständnis von Verlinkungen und URLs. Dann der wichtigste Part, ich gebe dir Tipps und Hinweise zur Wahl deines Domain-Namen und dann zeige ich dir noch, wie du dein Domain anmeldest und sicherst. Also kurz zum Verständnis für die Verlinkungen und den Aufbau deiner Webseite. Eine Domain ist ja im Grunde genommen die Adresse, unter der deine Webseite zu finden ist. Wenn du die Domain, also die Adresse, in den Browser eingibst, wirst du zu den Daten weitergeleitet, die auf dem Server liegen und landest dementsprechend eben auf der Webseite. Nun besteht so eine Webseite ja aus vielen Unterseiten. Jede dieser Unterseiten hat eben auch eine spezielle URL. Auch die Adressen der Unterseiten kannst du bestimmen. Dabei solltest du darauf achten, dass es einen logischen Aufbau hat, wie hier eben www.ranfarben.de und dann slash Impressum für die Impressum-Seite. Aber das Ganze machen wir dann später in WordPress und spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das nur erstmal zum Verständnis. Zuerst benötigst du ja erstmal einen Domain-Namen. Also worauf solltest du achten? Ich mache hier mal grob drei Unterteilungen. Einmal Marke, Personal Brand oder Informationswebseite. Bei einer Brand, bei einer Marke würde ich auch immer den Markennamen als Domain wählen. Ich würde auch grundsätzlich versuchen immer eine Marke aufzubauen. Also bei uns ist es immer so, dass der Domain- und Markennamensfindungsprozess irgendwie Hand in Hand geht. Bist du alleine tätig und möchtest eine Personal Brand aufbauen, dann wähle am besten deinen eigenen Namen. Das ergibt vielleicht Sinn als Berater, Coach oder Anwalt. Ist deine Webseite eine reine Informationswebseite, dann kannst du auch mit Keywords arbeiten. Willst du zum Beispiel auf deiner Webseite darüber informieren, wie man Rohre verlegt, dann wäre www.rohreverlegen.de vielleicht ganz gut. Ist dein Business oder deine Unternehmung ortsgebunden, dann kannst du auch den Ort mit in die Domain mit einfließen lassen, wie beispielsweise www.deinemarke-berlin.de. Welche Endung solltest du wählen? Mittlerweile gibt es ja die verrücktesten Endungen von .org, .net, .design, .berlin bis .irgendwas. Ich würde im deutschsprachigen Raum immer bei .de bleiben, weil alles andere ist eher nur verwirrend. Ich gebe dir ein Beispiel. Unsere Marke heißt ja Randfarben und ich würde jetzt jemandem sagen, den ich kennenlerne, ja unsere Domain ist randfarben.de. Derjenige würde dann zu Hause, das möchte ich auf die Webseite und gibt randfarben.de ein. Alles super. Wäre unsere Domainendung randfarben.design, dann würde bei demjenigen vielleicht im Kopf hängen bleiben, ja, randfarben oder irgendwas bleiben wir noch mit dem Design. Dann gibt er vielleicht ein randfarben.design.de und das würde nicht funktionieren. Oder den hier gibt dann bloß randfarben.de ein und eigentlich wäre es ja randfarben.design und es würde nur verwirren. Also meiner Meinung nach sollte man bei .de bleiben. Sich mehrere Änderungen zu sichern, halte ich eher für unnötig. Kostet eigentlich nur extra Geld. Wenn du anderer Meinung bist oder Argumente dafür hast, warum man das machen sollte, schreib es gerne mal in die Kommentare. Brainstorming. Der kreative Prozess. Der sollte am meisten Spaß machen. Schnapp dir Papier, Stift oder ein Whiteboard und leg einfach mal los. Schreib alles runter, was dir einfällt, was du mit dem Thema assoziierst. Ja, vielleicht suchst du dir auch positiv belegte Begriffe. Essen ist immer super. Suppe. Lecker. Yummy. Solche Sachen. Und dann kann man verschiedene Begriffe miteinander kombinieren und findet vielleicht da irgendwie witzige Kombinationen, die funktionieren. Beschränk dich da nicht erst mal am Anfang, sondern lass deinen Gedanken frei laufen und schreib auf, was dir einfällt. Später kommt dann die Phase Selektion und wenn du da bist, dann vielleicht findest du da den richtigen, also es findet sich meist immer irgendwas, was dann irgendwie funktioniert. Wenn du deinen Domain-Namen gefunden hast und glaubst, das ist er jetzt. Dann ein paar Hinweise und Tipps. Darauf solltest du achten. Check die alle durch. Wenn du überall Haken dran machen kannst, ist das super. Erstens. Deinen Domain-Namen sollte man sich gut merken können. Ziemlich easy. Versteht jeder. Zweitens. Es sollten keine Missverständnisse entstehen. Teekesselchen sind schon mal schwierig und ja, achte darauf, dass du mit deinem Begriff niemanden beleidigst. Political Correctness und so. Wenn wir das Beispiel für eine Firma nehmen, die Rohre verlegt und dann wählen wir diesen Domain-Namen. Dann könnte es schon zu Verwechseln kommen. Drittens. Dein Domain-Name sollte nicht zu lang sein. Man sollte ihn sicher gut merken können. Viertens. Dein Domain-Name sollte keine Erklärung bedürfen. Wenn du erklären musst, worum es geht oder erklären musst, wie es geschrieben wird, dann ist das kein gutes Zeichen. Einen Test kannst du machen, indem du eine Person bittest darum, einfach den Namen mal aufzuschreiben und vielleicht noch zu erahnen, worum es geht. Wenn das klappt und alles richtig geschrieben ist, super. Wenn du diese Punkte abhaken kannst, dann solltest du die Verfügbarkeit prüfen. Also ist dein Domain-Name verfügbar oder agiert schon jemand anderes unter diesem Namen? Das solltest du und kannst du an verschiedenen Stellen machen. Die erste Stelle wäre Google, also einfach mal den Namen googeln und gucken, ob sich jemand unter dem Namen schon bewegt, etwas tut, etwas verkauft oder whatever. Dann solltest du die Social-Media-Kanäle abchecken, also Facebook, Instagram, Twitter und da mal schauen, ob jemand schon agiert unter dem Namen. Als drittes solltest du die Domain-Verfügbarkeit checken. Das kannst du auf verschiedenen Seiten machen. Ich habe hier mal zwei aufgelistet und setze dir die Links in die Videobeschreibung. Als letztes solltest du die Markenregistrierung beim deutschen Patent- und Markenamt überprüfen. Es kann nämlich sein, dass sich jemand deinen Namen schon als Markennamen rechtlich gesichert hat und dann solltest du dir lieber einen anderen suchen. Den Link zu der Markenregistrierung findest du auch, packe ich dir unten in die Videobeschreibung. So, du hast einen Domain-Namen und der ist verfügbar und du konntest alle Punkte abhaken, dann wollen wir die ganze Sache mal anmelden. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, erkläre ich dir alles anhand von allincl.com. Also wenn du dir hier einen Vertrag ausgesucht hast und diesen dann abschließt, wirst du wahrscheinlich schon danach gefragt und deine Domain wird direkt mit angelegt. Ansonsten geht es hier zum Kunden-Login. Die Login-Daten hast du dir dann auch bekommen, wenn du den Vertrag abgeschlossen hast und dann kannst du dich hier einloggen. Bei allincl ist es so, du hast einmal diese Members-Area hier mit verschiedenen Menüpunkten und dann gibt es einmal noch die Technische Verwaltung und das ist sozusagen noch mal eine andere Area und da drückt man hier drauf. Genau, das ist sozusagen die Technische Verwaltung und da sehen die Menüpunkte noch mal ein bisschen anders aus. Hier machen wir alle technischen Einstellungen und wenn deine Domain jetzt nicht schon angelegt ist, also angelegt wurde, als du den Vertrag abschlossen hast, dann machst du das hier über Domainverwaltung. Domainliste. Hier werden alle Domains angezeigt, die du schon hast und hier kannst du eine neue Domain anlegen. Ohwieschön.de Ach, die ist schon vergeben. Na, guck an. Ohwieschön sind doch Domains. Weiter geht's. So, jetzt steht hier die Domain. Ohwieschön sind doch Domains. Okay, du musst hier draufklicken, dann wird sozusagen auf der technischen Seite dann gleich die technische Geschichte angelegt für diese Domain. Also, du klickst einfach hier drauf, dann geht's weiter. Dann landest du hier und hier wird noch mal alles beschrieben. Dann müsstest du jetzt hier das anhaken und dann bestellst du das Ganze kostenpflichtig oder es ist eben schon als inklusive Domain bei dir dabei, würdest du das jetzt kostenpflichtig bestellen. Mach ich natürlich nicht. Auf der anderen Seite hast du dann hier auf der technischen Verwaltungsseite deine Domains und kannst dann hier auch reinschauen. Hier wird das auch schon angelegt. Und dann machen wir dann noch ein paar technische Einstellungen. Das erkläre ich dir dann aber im nächsten Video. Noch ein kleiner Tipp am Ende. Sichere dir die ganzen Social Media Kanäle. Also Facebook, Instagram und Co. Nicht, dass jemand anders kommt und dir dann den Namen wegschnappt. So, du hast dir deinen Speicher auf dem Server gesichert. Du hast dir deine Domain registriert. In den nächsten Schritten machen wir ein paar kleine technische Einstellungen, bestücken den Speicher und installieren WordPress. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.